Die US-Notenbank kündigt nach den Pleiten der Banken überraschende Schritte ein. Es wird ein Notfallkreditprogramm aufgesetzt. Viele verstehen aber diese News falsch. Werden die Banken wirklich gerettet oder was steckt wirklich dahinter? Wir werden auf die Daten blicken. Bitcoin ist inzwischen jetzt bei 22.000 US-Dollar wieder angekommen und auch die Zinserwartungen sind komplett nochmal auf den Kopf gestellt. Wir werden darüber sprechen, was für den 22. März erwartet ist und was diese Schritte der US-Notenbank für Auswirkungen haben werden. Falls dir dieses Video hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch gerne hier den Kanal, dann verpasst du keine weiteren Updates mehr. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ihr könnt es schon im Hintergrund sehen, ich bin eigentlich im Urlaub, aber es sind wirklich wilde Zeiten wieder mal. Drastische Schritte der US-Notenbank nach der Pleite der Silicon Valley Bank. Deswegen dachte ich, ich mache mal hier ein Update für euch, weil auch viele diese News falsch verstehen. Was bedeutet das Ganze? Was passiert jetzt gerade im Hintergrund? Und was für Auswirkungen wird das vor allem haben? Langfristig vielleicht auch gesehen. Wir werden einmal drauf schauen, was haben sie jetzt hier angekündigt? Zum einen ein Notfallkreditprogramm für die Banken, die pleite gegangen sind inzwischen. Silicon Valley Bank und die Signature Bank. Die sitzen ja auf sehr hohen Verlusten bei Staatsanleihen, weil sie in Staatsanleihen reingegangen sind, als die Zinsen sehr niedrig waren und sie anders keine Renditen einfahren konnten. Und diese Positionen sind ja im Verlust, haben wir in den letzten Videos ja schon drüber gesprochen. Und als dann die Auszahlungsanträge der Kunden kamen, mussten sie Verluste realisieren. Und am Ende des Tages hätte das Geld nicht ausgereicht, um alle Auszahlungen zu betätigen, beziehungsweise abzuwickeln. Und die Bank ist pleite gegangen. Zuerst die Silicon Valley Bank, davor noch die Silvergate Bank, jetzt auch noch die Signature Bank. Und jetzt hat man sich natürlich am Wochenende die Frage gestellt, was passiert heute am Montag, wenn die Banken wieder öffnen? Die regionalen Banken hätten wahrscheinlich mit einem Bankrun ja klarkommen müssen. Und das wusste auch die US Notenbank und ja auch das Finanzministerium. Und deswegen haben sie hier das Bank Term Funding Programm aufgesetzt. Was soll da gemacht werden? Banken können einfach ihre Staatsanleihen zum Kaufpreis wieder verfänden an den Staat, obwohl sie eigentlich auf Verlusten sitzen. Wäre im Prinzip so, wenn ihr Bitcoin bei 60.000 gekauft hättet und sagt, ja, ich sitze jetzt hier auf Verlusten, kann ich das nicht wieder für 60 verkaufen? Und der Staat würde sagen, ja, könnt ihr machen, damit die Kundeneinlagen gerettet sind. Das Programm läuft bis maximal ein Jahr zunächst und das Budget ist auf 25 Milliarden begrenzt. Aber ob diese 25 Milliarden ausreichen, das ist halt die große Frage. Und was passiert, wenn diese wirklich dann nicht ausreichen sollten? Werden sie das Budget erhöhen? Ich denke ja. Aber wenn man mal die unrealisierten Verluste sich mal anschaut von allen Banken zusammen, da sind wir schon bei über 600 Milliarden US-Dollar. Natürlich müssen die nicht alle ihre Verluste schon realisieren, vor allem jetzt, wo diese Meldungen rausgekommen sind, steigen natürlich dann auch wieder die Staatsanleihen, weil ja im Prinzip man weiß, okay, die Zinsen werden nicht so stark steigen, weil die US-Notenbank jetzt hier einen Rückzieher macht. Und wenn man sich nochmal anschaut, welche Größe die Silicon Valley Bank eigentlich hatte, muss man sich auch die Frage stellen, warum hat die US-Notenbank es nicht erstmal weiterlaufen lassen? Es geht ganz klar hier erstmal um Symbolpolitik, sodass man hier keine Bankruns auf die Banken hat. Das war die große Befürchtung, weil dann wäre es zu einem großen Problem gekommen, weil die Banken dann diese Verluste hätten realisieren müssen. Diese 25 Milliarden, wie gesagt, sind eigentlich ziemlich gering. Aber ich denke halt auch, dass dieses Budget auch flexibel sein wird, wenn noch mehr Verluste realisiert werden müssen. Was man halt nicht hier falsch verstehen darf, es werden nicht die Banken gerettet, es werden nur die Verluste sozusagen gerettet und die Kundeneinlagen. Heißt, die Bank ist trotzdem pleite, aber es wird hier die Garantie gegeben, dass die Leute ihre Gelder da wieder zurückbekommen. Das ist das, was die US-Notenbank jetzt gemacht hat. Und trotzdem müssen die dann natürlich das Geld in die Hand nehmen und für diese Verluste dann bürgen. Also der Staat greift hier wieder ein, ist ein quasi Bailout. Und das ist entsprechend auch ein Argument für Bitcoin. Und wenn man sich hier nochmal zurückerinnert an meinen Gameplan von 2022 im Januar, sind wir jetzt mittendrin im zweiten Schritt und zwar da, wo die Notenbanken zurückrudern. Noch in einem kleinen Stil jetzt aktuell, aber wenn das noch weitere Effekte haben sollte, wenn noch mehr Verluste realisiert werden sollten, dann wird das auch natürlich im großen Stile passieren. Dann wird noch mehr Geld gedruckt. Der Money Printer ist jetzt sozusagen schon an. Erstmal werden Reserven genutzt, aber langfristig muss man sich die Frage stellen, ist das wirklich eine Lösung oder werden jetzt hier gerade einfach nur Symptome bekämpft? Spannend ist dann auch natürlich die Erwartungen für die Zinsen, die sind komplett runtergegangen. Ich habe es ja auch hier in meinem ersten Twitter-Post reingeschrieben. Die Glaubwürdigkeit der US-Notenbank schwindet aktuell, da sie einfach jetzt hier gerade zurückrudern. Wenn man sich anschaut hier für den Dezember, also Ende des Jahres, wo liegen die Zinsen, sind wir jetzt hier bei 4%. Noch vor einer Woche waren wir bei 5,6%. Also 1,6% weniger Zinserwartung für Dezember und so sieht es halt auch für Oktober und Juni aus. Und natürlich am 22. März FOMC-Meeting 50 Basispunkte kommen so gut wie gar nicht in Frage. Goldman Sachs beispielsweise geht davon aus, dass wir keine Leitzinserhöhungen sehen werden am 22. März. Auf der anderen Seite Morgan Stanley sagt, wir könnten sogar noch 50 Basispunkte sehen. Bei den CMI-Daten, die Wahrscheinlichkeiten waren wir zwischenzeitlich sogar bei 40%. Keine Leitzinserhöhung für den 22. März. Inzwischen sind wir jetzt bei 23% und 25 Basispunkte ist hier mit 76% Wahrscheinlichkeit bemessen. Also das ist jetzt gerade der Base Case, 25 Basispunkte am 22. März. Aber bis dahin kann auch noch einiges passieren. Morgen kriegen wir die Inflationsdaten noch on top. Also das ist schon ziemlich krass. Und warum die Banken nicht gerettet werden, das sehen wir auch hier an den ganzen Entwicklungen heute. Die ganzen Bankaktien werden abverkauft, weil die Aktionäre auch nicht gerettet werden. Heißt, die Bank ist trotzdem pleite. Das Einzige, was hier gerettet wird, wie gesagt, sind die Kundeneinlagen. Credit Suisse haben wir auch schon oft darüber gesprochen. Im Gegensatz zur Silicon Valley Bank systemrelevant. Und die alleine sind 15% im Minus. Also es ist hier kein Shitcoin auf Platz 3000, sondern die Credit Suisse stand schon länger unter Druck. Und jetzt heute nochmal minus 15%. Es gibt auch regionale Banken in den Staaten, die heute minus 60% nochmal on top haben. Also das Bankensterben könnte weitergehen. Es könnten noch weitere Insolvenzen folgen. Und dann ist halt wieder die Frage, 25 Milliarden, reichen die? Ja oder nein? Ich denke halt nicht. Und deswegen wird halt wieder Geld in die Hand genommen werden müssen. Und die Zinsen können dann entsprechend nicht lange auf diesem Niveau bleiben. Interessante Meldung ist auch das hier. Binance wird sein Industry Recovery Fund, da war eine Milliarde drin, auflösen und das ganze Geld in Bitcoin, ETH und BNB reinstecken. Heißt, wir haben hier auch nochmal eine zusätzliche Kaufnachfrage. Und mit der Meldung der US-Notenbank hat sich auch USDC erholt, weil jetzt natürlich klar ist, die Kundeneinlagen, die Reserven sind in Sicherheit. Der Staat bürgt hier für die Verluste der Banken und damit sind halt, wie gesagt, die Reserven in Sicherheit. Jeder USDC-Coin kann Stand jetzt für genau einen Dollar wieder redeemed werden. Das ist auf jeden Fall auch erstmal positiv. Ein sehr großer Stablecoin, wenn der weggebrochen wäre, wäre es wahrscheinlich auch kritisch geworden, weil es wahrscheinlich dann durch die Bankruns auch nicht bei der Silicon Valley Bank geblieben wäre. Andere Banken hätten auch Probleme bekommen und beispielsweise dann auch USDT, weil die auch natürlich Reserven und T-Bills beispielsweise auch haben bei den Banken. Also das ist ziemlich positiv, muss man sagen. Man hat das auch in der Reaktion von Bitcoin gesehen. Wir sind auf direkt 22.000 hochgelaufen, in die Spitze sogar 22.700, fast aufs Point of Control hier gelaufen und die Long-Positionen wurden wieder aufgebaut, weil einfach genau das wieder im Plan ist. Also dieser Gameplan, dass die Notenbanken wieder zurückrudern, dass die straffe Geldpolitik nicht so lange durchgezogen werden kann, weil die Wirtschaft bzw. der Bankensektor in dem Fall nicht diesen Leitzinserhöhungen standhalten kann. Die große Frage wird natürlich sein, jetzt bei der hohen Inflation, die wir immer noch haben, was kann die US-Notenbank machen? Normalerweise in solchen Zeiten würden sie die Zinsen eigentlich direkt senken, damit die Banken mehr Luft zum Atmen haben. Aber das geht halt nicht. Deswegen sind die dann so ein bisschen in der Sackgasse. Und die große Frage wird sein, was ist da die Priorität? Wollen sie die Banken am Leben halten oder das System an sich am Leben halten oder am Ende des Tages wirklich die Inflation runterdrücken? Ich glaube, eine zweiprozentige Inflation bringt nichts. Wenn die Banken alle auf einmal wegsterben und das ganze System kollabiert, dann würde am Ende des Tages wieder Geld gedruckt werden und wir würden wieder eine neue Inflation bekommen. Deswegen wird man einfach jetzt genau drauf schauen müssen, wie lange reichen diese 25 Milliarden aus? Und kommen noch weitere Banken dazu, die pleite gehen? Falls es dazu kommt, wird dieses Budget um Weiten erhöht werden müssen. Ihr habt es gerade gesehen, über 600 Milliarden unrealisierte Verluste. Und dann muss man über die Glaubwürdigkeit der US-Notenbank sprechen. Keiner wird dann, glaube ich, denken, dass die Zinsen so lange so weit oben bleiben können, auch wenn die Inflation vielleicht nochmal in Dynamik gewinnt. Aber wir werden es auch dann am 22. März sehen, wenn Jerome Powell sich dazu äußert. Für mich ist es halt keine große Überraschung, weil ja genau das der Gameplan war, weil halt diese straffe Geldpolitik nicht über Jahre hinweg durchgezogen werden können bei den Schuldenbergen, bei den unrealisierten Verlusten, die die Unternehmen und Banken halt haben. Und deswegen ist es hier ein weiteres Argument wieder mal für Bitcoin, vor allem mit der Tatsache, dass man immer einen Counterparty-Risk hat, wenn man beispielsweise ein Stablecoin hält oder einfach auch Geld auf der Bank hat. Und das hat man halt bei Bitcoin nicht. Da braucht es keine Bailouts und da kann auch keiner herkommen und sagen, wir drucken jetzt neue Bitcoin, um das System zu retten. Das braucht es nicht und genau deswegen wurde auch Bitcoin gemacht. Und wir sehen es auch hier an den Reaktionen in den Kursen. Ob es jetzt mittelfristig so positiv bleibt, wenn vor allem dann noch mehr Banken wegbrechen, das wird halt die große Frage sein. Wenn Liquidität wirklich fehlt und wenn die Staaten dann auch nicht genug Liquidität dann irgendwann zur Verfügung stellen können oder so viel zur Verfügung stellen, dass die Inflation nochmal durch die Decke geht, dann wird es dann natürlich auch nochmal problematisch. Aber diese initiale Reaktion ist ganz offensichtlich, warum diese so ist. Und auch absolut begründet in der fundamentalen Struktur von Bitcoin und den Entscheidungen der US-Notenbank. Ja, das war auch schon das kurze Update. Ich wollte euch nochmal auf den aktuellen Stand bringen, was überhaupt passiert ist, was die US-Notenbank entschieden hat, dass sie da einfach die unrealisierten Verluste da aufnehmen und Geld in die Hand nehmen. Hier aus dem Urlaub. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn irgendwie der Sound nicht 100% ist, aber wichtig ist, dass ihr hier auf dem aktuellen Stand bleibt. Falls euch das Video hier gefallen hat und Mehrwert geboten habt, lasst gerne hier einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ich kriege einen Livestream morgen zu den Inflationsdaten hin und dann werden wir uns bald schon wieder sehen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ciao, ciao. Ciao.